Einfach als absolute Notlösung, da geht es los, jetzt geht es los. So, willkommen zurück. In der heutigen Folge haben wir einiges vor. Wie gesagt, in der letzten Folge meinte ich, ja, wir wollen hier auf jeden Fall safe machen, das vielleicht verbinden und auf jeden Fall möchte ich das hier oben wieder zurückerobern und auch zu machen. Also, ja, es wird ein kniffliger Weg, aber das kriegen wir doch hin, da wäre doch gelacht. Oh, hier sind noch viele. Was ist da unten los? Ah, was machst du denn? Ach ja, da war ja was, die wollten ja durchbrechen hier, die Jungs. Nee, nee, ist nicht wegen darum. Da war ja eine kleine Schwachstelle. So, dann wollten wir hier zu machen. Komm, wir haben kein Holz. Es mangelt, ups, es mangelt wieder an Nahrung. Mensch, Nahrung, na, doch da, nee, äh. An Holz, an Arbeit, äh, an Energie, nee, an Holz. Also müssen wir noch kurz warten. Schicken wir die beiden hier runter. E4 geht dahin, E3, safe dort ab. So, Holz ist da. Ähm. Was, warum geht das nicht? Achso, ach, das ist mal nicht schwer, Holz. Wir haben ja da vorne gleich einen Wald, den wir erobern werden. Hier oben. Da. Da gibt's nochmal ein bisschen Holz. Ach, da oben haben wir noch ganz dergleichen rum sitzen. Ich flipp aus. Können wir noch nicht bauen. Zehn Holz. Kommt mal mal hinne hier. Hopp, hopp. Los. So, bauen wir den. Bauen wir den hin. Und da hin. Und da hin. Und da hin. Von hier kommt er weniger. Was ist hier schon wieder los? We're here. Wir bauen dort zwei Tore rein. Ach, das mag ich schon wieder an Holz. Die fährt mir auch noch nicht so richtig. Das ist zu schmal. Da können sie auch durchbrechen, ohne Probleme. Hm. Gib mir Holz. Ach, das gibt's nicht. Ach, seht ihr? Kostet ja alles fürs Gold. Gold haben wir genug. Flug, Steinmetz, Marktplatz. Pfff. Na, Sniper ist interessant. Nahrung. Bei so einem Marktplatz, wenn wir mal vorstehen, können wir uns sofern auch Essen kaufen. Das ist eigentlich, das ist ein Steiner. Was ist das? Du da rein, du da rein. Du gehst da rein. Schneller Eingreiftruppe. Nehmen wir mal die Rekruten nach oben. So, Farm. 64, 66. Okay. Zack, Kinder. Gar nicht lange fackeln. Da haben wir wieder genug Essen. Machen wir so zu. Können wir denn schon... Ja, können wir. Okay, ich glaube, dass wir da stehen. Was ist das hier? Hm. Operieren. Ah, wir machen jetzt viel an Arbeiter. Eine Nahrung? Haben wir nicht da... Ah, ist noch nicht so weit. Okay. So, jetzt können wir aufrüsten. Schön aufrüsten. Stein-Turm. Ist alles okay? Building completed. Hm. Attention. Building completed. Turns out. A colony needs a mayor. Wer knew? Stein-Turm. Mühle. Gibt uns mehr Energie oder ein Stein-Turm? Zwei Stück. Nee, nee. Wir nehmen mal das hier. Das ist besser. So. Bauen wir hier zu? Das ist mal jetzt schon wieder ein Holz. Das ist doch so schlimm. Einer reicht da auch von den Ullte-Soldaten. Gut. Gut. Hm. Ich muss mal ein bisschen vorstoßen. Mal daraus die Gliedesoldaten machen. Immer kommt. Immer kommt. So. Ja. Oh, Immacron. Habt ihr eignessig, meine Soldaten? Okay. Einstein? Ach, Stein, drum soll ich schon. Ach, das ist ein Holz. Kann ich denn schon? Jo, ich kann. Ah, kann ich nicht, verdammt. Holz. Aufpassen. Was ist denn nun wieder nicht, was abbekommt? Ach nee, wir wollten ja. Jetzt können wir noch nicht mal. Wir sollen noch einen Turm bauen. So, Gold haben wir auch genug. Dann erforschen wir den Marktplatz jetzt. Nee, haben wir nicht. Jetzt haben wir, egal, können wir Steinwände machen. Und Stein mangelt es uns nicht. Bauen wir jetzt erst mal zu hier. Zwölf Holz. Und eine Farm. Was ist da unten jetzt eigentlich mal Ruhe? Scheint ganz so, wa? Können wir vielleicht noch mehr rausholen? Und vielleicht noch weiter uns reinbauen? oder rein erobern? Was ist da unten? wenn wir uns das jetzt hier noch einnehmen. Das wir halt nur noch eine Front haben. Hier so. Was? Ach, alles gut. Ähm, der macht da alles clear, hier alles clear. Ja, machen wir das so. Aber was auch immer das hier ist, ich weiß es. What's under attack? Oh. Das mangelt schon wieder an Arbeiter. Was? Oh. Das ist gut. Lass die mal Leuten ruhig trainieren. Stein mit 40 Holz, 15 Arbeiter. Es mangelt ständig am Holz, ey. Das ist heute gar nicht mehr auf da oben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Gut, wir sollten auf jeden Fall erstmal hier oben zubauen. Was soll's. So, so. Widerlich, das Holz. Gib mir Holz. Okay, hier geht's ein Vitaal an. Jetzt sollte man Ballisten aufstellen und 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 und. Ich würde auch ganz gerne 15 Arbeiter. Es mangelt immer nur am Holz. Nee, Quatsch. Sägemüle, ach voll. Von den Norden? Also von hier oben. Okay, 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 okay. Da ein Turm hin. Da hin. Da hin. Da hin. Du gehst da rein. Du bleibst da. Dich ziehen wir noch mit nach oben. Wow. Ah, was hab ich jetzt abgerissen? Was hab ich jetzt abgerissen? Scheiße, den Turm hier, ne? Ah, sowas blödes. Okay, egal. Die sind cool, die sind cool, die sind cool. Ähm. 20 Holz. Drei Stunden noch. Tja, da bringt irgendwie nix. Egal, ich versuch'n's. Die versuchen's. Kann ja bis dahin hochschießen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt hier lang dackeln, dann rassig aus. Das haben wir noch irgendwo. Soldaten... Über... Ne. Ne, hier ist nix mehr über. Okay. Ah, es war so klar, Alter. Da hin. Jetzt bauen wir noch ein. Da hin. So. Dann kommt mal. Kann man das auch noch? Einfach als absolute Notlösung. Da geht's los. Jetzt geht's los. Oh, easy. Aha. Sag ich euch. Was sag ich noch? Jetzt kommen sie doch von da unten noch. Ah, diese Schweine. Oh, es sind doch ein paar. Feuer frei. Ah, toll. Save mal hier. Wenn mir das verbringt. Das passt. Jawoll. Okay. Okay. Das sieht doch ganz entspannt aus. Ja, sehr schön. Geschafft. Wunderbar. Dann werden wir jetzt gleich mal hierher und mal ein bisschen aufrollen. Uns nach oben drücken. um an das Eisen zu kommen. Bei Wunder würde ich es jetzt auch haben. Jetzt will ich es wissen. Wie der dort noch aussieht vor allem. Das lassen sich nicht einfach lassen. Let's go. Komm old. Fucking. Mhm. ich habe gar kein problem da unten was ich das hier sehe sie alles entspannt ganz gut ganz cool okay das sieht hier aus als wenn wir hier richtig gut steine eisen alles und dran erbeuten könnten das ist hier auch wasser sieht auch super aus ok das gefällt mir das würde ich ganz sagen so und so machen erstmal das machen wir auch genau das machen wir jetzt auch arbeiter energie 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 will ich hütt mir hier Was ist denn so fettig? ich mache dich weg das würde ich alles hier einnehmen die Walls sind untertitelt Sniper ist bereit mein Riefel ist bereit ok gut 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 der Sniper macht seine Arbeit könnte man noch Holz ein Moment mal das ist aber keine Stadt hier oder? ne gut was geht da wir hatten aber noch Holz 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 hier passt da auf wir bauen sie hoch komm du mal raus du gehst da hin hm hm was alles gut und du gehst da hin ich mach das hier ich mach das hier ich mach das hier nicht ganz zu da ok naja gut kann man jetzt auch nicht ich mach das gerne äh da noch hier was was es muss mich nicht auch hier die die sind sie 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 Oh, 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 oh. Schöner Eingreiftruppe, bitte. Schöner Eingreiftruppe ist bereit. Sie sind auf die Köln der Köln. Los geht's. Entstanden. Genau, heuchert mal den Schwarm da aus. So. Ähm. Machen wir das wieder zu hier. Gut. Da unten kommt schon wieder einer. Äh. Warum wir uns denn da hoch? Genau. Ähm. Ich hätte ganz gerne mal zwei dort. Wohl, warte mal, ist das auch Blödsinn. Machen das so. Kumpel, pass auf da hinter dir. Ja, das ist ja dann noch ein geringeres Problem. Ähm. Wir bauen dann hier zu. Ist das hier zu, oder was? Ach, das ist ja zu. Das ist ja noch besser. Jetzt geh ich mal hier runter. Dann, dann mach ich hier ne Verteidigungslinie. Oh. Oh. For the humans. I will kill our enemies. Building completed. Wäre natürlich cool, wenn das ja auch zu wäre. Das wäre natürlich richtig geil. Aber ich glaube, denen gefallen... Ne, tun sie uns nicht. Das ist nicht zu. Das heißt, wir bauen... Ähm. Ach, das ist mir jetzt schon wieder ein Arbeiter, ey. Wir haben auch gar keine Häuser mehr zum Aufrüsten, sehe ich gerade. Also, da, da, da. Ach, das ist ja auch Quatsch gewesen gerade. Hätten wir auch gleich... Mist. Ähm, so, 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 so. Oh, Mist. Geht's hier einfach weiter? Ach, shit. Das ist ja blöd. All right. Als Sache. Kacke. So war das aber nicht geplant. Nehmen wir erstmal das hier ein. Das hier. Okay. Das ist jetzt nicht so gekommen, wie ich das wollte. Aber. Trotzdem, das passt schon. Das passt schon. Wir bauen dann hier zu. Strom haben wir 18. Lagerhäuser. 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 Viertens da nur. Energie. Soll jetzt nicht das Problem sein. So. So. Äh, Quatsch. Oder... Oh, das machen wir erstmal so. Ach, Mann. So. 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 Dann möchte ich hier noch... Holz abbauen eigentlich. Da hin. Glaubst du da? Steinmetz. Ja, komm. Dann stellen wir jetzt... ...den Steinmetz... ...da hin. Ich mache jetzt schon wieder an Arbeit. Und an Holz. Ordnerhäuser, Sir. Perfekt. Waiting on orders. Building completed. Gut. Das sieht doch fein aus bis jetzt. Hier oben sehe ich noch eine Schwachstallin große. Und die werden wir auf jeden Fall zusammen mit diesem neuen Bereich in der nächsten Folge denn in Angriff nehmen. Dann, ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Euer Oli. Tschüss. 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 Tall Musik. Ba weakness. After Veiliyor. ty bitch. ST. Ephraja.